Das Ostseebad Barbe liegt im südöstlichen Teil von Rügen auf der Halbinsel Mönchgut, in einer wunderschönen Dünenlandschaft direkt an der Ostsee. Umschlungen von herrschaftlichem und jahrhundertealtem Baumbestand liegt der beschauliche Fischerort Barbe idyllisch zwischen dem Selinersee und dem tiefblauen Meer. Auf der bezaubernden Halbinsel Mönchgut ist Barbe das Tor zu einem der wenigen deutschen Biosphärenreservate. Hier finden Sie bildschöne vom Kontrast geprägte Natur, sattgrüne Alleen, schroffe Kreidefelsen, stille Boddenufer und herrliche Sandstrände. Der kleine Badeort Barbe auf der Insel Rügen mit seiner weitläufigen Strandpromenade verfügt über einen traumhaften breiten und feinsandigen Badestrand, der flach in die Ostsee abfällt. Mehrfach wurde Barbe die Auszeichnung schönster Kur- und Erholungsort der Insel Rügen verliehen. Im Biosphärenreservat Südost Rügen, einer in Europa einzigartigen Landschaft, kommen neben Wanderern auch Bikertouristen auf ihre Kosten. Die angrenzenden Küstenwälder, die ausgedehnten Buchen- und Kiefernwälder und besonders die Barberheide bereiten der ganzen Familie viel Spaß, Vergnügen und Erholung. Das Ostseebad Barbe ist eine allergikerfreundlich zertifizierte Gemeinde. Am Kleinbahnhof im Ostseebad Barbe hält auch der rasende Roland ein historischer Dampflokzug, mit dem Sie in die benachbarten Ostseewälder Gören, Selin und Binz fahren können. Rügen bietet neben dem berühmten weißen Kreidefelsen eine Vielfalt von Ausflugszielen wie Kap Arkona, Ozeanium Stralsund und Jagdschloss Granitz. Das Strandhaus Düne liegt nur wenige Meter vom langen weißen Sandstrand entfernt auf der Barberdüne. Es ist mit allem, was das Herz begehrt eingerichtet. Mit viel Liebe zum Detail haben wir ein Feriendomizil an einem Ort geschaffen, der Sie mit seinem gemütlichen und besonderen Ambiente immer wieder in seinen Bann ziehen wird. Untertitelung des ZDF, 2020